Gespräche über Führung entstand vor dem Hintergrund der Frage, was erfolgreiche Führungspersonen anders als andere machen. Mich interessiert es, ob es Gemeinsamkeiten zwischen diesen Personen gibt. Und natürlich habe ich mir dabei die Frage gestellt, woran ich Führungserfolg überhaupt festmache. Für mich ist das die außergewöhnliche Reichweite, die alle meine Gesprächspartner haben. Sie alle wirken positiv in ihr Umfeld und darüber hinaus. Das ist natürlich nur das äußere Erscheinungsbild von Führungserfolg. Was dieser konkret beinhaltet und wer meine Gesprächspartner überhaupt sind, das erfahren Sie in Gespräche über Führung. Ich wünsche Ihnen dabei Inspiration und freue mich über Ihre Rückmeldungen. Vielen Dank.